super jetzt steht hier wieder gar nichts mehr so pass mal auf ich gebe dir mal ein wenig holz und hier und jetzt bauen wir uns entgegen in dreier schritten in dreier schritten also oder in zweier schritten das kann ja aber zwei haben wir doch gemacht gerade machen wir zwei schritte das haben wir doch gerade gemacht warum machst du es jetzt nochmal neu ja aber das weil wir jetzt da hinten auf einer höhe sind wie hier und wenn man sich entgegen bauen dann sehen wir wo die mitte ist verstehst du nein also guck mal du baust jetzt auch erst mal von da hinten aus dann in meine richtung das ist so dasselbe wie ich gerade gemacht habe nein hast du nicht so komm her von hier aus wie jetzt oder von hier so oder was von hier von hier aus da muss jetzt schon dann die zweite holen also hier ist der boden auch wirklich wurde gerade drauf die nicht ist es nicht das ist jetzt der erste zweier schritt ich brauche noch mehr wollen dann kommt natürlich dann das hier meinte das ist jetzt wirklich auf einer höhe das wird jetzt genauso werden wie meins vorher wir müssen uns deshalb nur abstimmen wenn man die nächste ebene machen wie jetzt ich baue jetzt schon fleißig 1 2 3 jetzt bist du beim vierten warte mal ach ich brauche noch keine wolle mehr ach praktisch ach ich brauche noch keine wolle mehr eine stufe, zweite stufe, dritte stufe wo bist denn du? auf der dach auf der dach auf der dach auf der dach ich habe acht wolle habe ich noch oh man habe ich schon fünf verschiedene ebenen das ist die fünfte, die du gerade brauchst, ok kommt doch hier vorne noch was hin? ja, der Gatter mache ich jetzt die nächste dann ähm, ja machen wir mal mann dritte aber hier drinnen wird die Mauer dann verlängert, ne? die Mauer, die kannst du doch so lassen dekorieren war einfach ein bisschen mit Stein ja ich hole erstmal alles ja, mit Holz, damit die Pferde auch so warm werden ok kennt man ja, zitternde Pferde und sowas ach was ich habe noch du bist schon höher als ich ich weiß so, hast du Half-Steps, ich brauche ein paar Half-Steps äh, ja, habe ich so weit kann ich es aber nicht rüberkotzen, da musst du warten so, guck mal, wir können das jetzt sagen auf der Höhe bleiben wir, oder? wir machen jetzt nur eine Höhe, äh, eine Ebene höher und, äh, die nehmen wir dann als, äh, Mittelebene das hier so du bist jetzt grad zu hoch ne guck mal hier ah ja, ok, doch, hast recht, Entschuldigung ähm, von hinten so tot haben sie nicht verstanden ja, ja 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 ne, dann gib mal kurz ein paar Half-Steps ja, komm mal jo, dankeschön uch das, das passt immer nicht ähm leider, weil das nicht eine ganz gerade Zahl ist, dann machen wir es einfach so ja, und das aber dann auch begradigen hier, ne? oder? warte, dann machen wir das hier auch weg ja, ja machen lassen auf der Ebene ja aber das hatte ich doch gerade auch ja, dann musst du das nochmal zubauen mit den Half-Steps ähm, ja, und? hatte ich das nicht grad auch so? ne, du warst hier viel weiter drüben jetzt kannst du mal gucken, das sieht jetzt 100 pro richtig schön symmetrisch aus liebe Zuschauer, bitte sagt mir, bitte schreibt mir in die Kommentare, ob es nicht vorher auch schon so gewesen ist ja, das sieht immer noch genauso aus ja, weil du die Mauer hier noch nicht fertig gemacht hast, das mach ich kurz, warte ja, ich gucke dir zu währenddessen unter dir eine Spinne duscht ja, das ist ja nicht mein Problem, ne? oh lass, ich spinne doch du Sandra, hast du zufällig noch Zäune dabei? mhm, hab ich dann zeig mal her ja, ja warte, gucke erstmal die und ähm hier eine Kiste, sie mal winken okay du kannst, du kannst ja eigentlich, du kannst ja wahrscheinlich so dran, ne? hier eine Kiste kann gut möglich sein mal schauen, vielleicht reichen die 4 auch oh nein sie reichen nicht dadadadadada mein du ballerst mich zu mit 2, das reicht aber auch schon Einer hat gefehlt, du ballerst mich zu mit 37. Dankeschön. Sehr sozial von dir. Wohl, fällt gerade ein, dass ich ja noch mehr brauche, ich muss ja doch das Gattern bauen. Wir wissen, dass hier auch noch Holz drin ist. Ja, kannst du ja wegnehmen, was da drin ist. Und, wie sieht's aus, Laura? Kacke. Kacke, ist das jetzt symmetrisch oder kacke, es sieht kacke aus? Es ist weder symmetrisch, noch sieht es schön aus. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich bin von Stolz. Ja, da laufen wir auch über zwei Zäune drüber, ne? Ja. Okay, da muss ich das wirklich zwei hochbauen. Ja, zwei oder drei, also springen können sie glaube ich bis zu vier. Ja, aber die machen's ja nicht, oder? Von Natur aus. Weiß ich nicht. Darum geht's ja, ob die das von Natur aus machen oder nicht. Mhm. Weißt du, warum das nicht so symmetrisch aussieht, Laura? Mhm. Weil wir am Anfang hier nicht, äh, gleichmäßig auch mit der Mauer hochgegangen sind an der Seite. Bum, 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 bum. Es könnte jetzt symmetrisch sein, ja, wenn man die andere Wand mal dahinter irgendwie ein bisschen weg macht, weil die irritiert grad ein wenig. Aber dafür müsste ich mir jetzt erstmal so ne Spitzhacke basteln. Das mach ich kurz, warte. Besser, ich glaub schon. Oh Gott, hier ist wieder mein Geschießen wert. Erst stopp das Paulschluss einmal. Zwei Körstern, jetzt kommt die Musik voll. Und wir haben ja noch mal abgeroll. Und ich habe noch ein bisschen gebraucht. Ich kann mit dem Körstern anensiteln und fernos gehen. Ich habe extra in der fürchterung. Die Musik ebenfalls schaust. Ich bin ganz gekommen. Jetzt bin ich alle nicht. Die Musik voll. Das war ja auch noch für den Körstern und die Musik, die Musik wegschworte. Ich habe letzte Mal fertig. Okay, das war doch noch. Bei mir läuft grad wieder die typische Minecraft-Musik. So, das müsste jetzt symmetrisch sein. Ja, sieht doch gut aus. Aber du bist auch der Meinung, dass man da noch so an den Seiten zumindest das etwas verdickern, also dicker machen soll, damit das so aussieht, als würde die halt auch wirklich halten und nicht so schweben. Weißt du, wie ich mein? Ja, ich glaub, wir sollten auch diese Mauer auch nicht unbedingt bis zum Grund nach unten ziehen. Die Grundhöhe, damit das auch was dynamischer aussieht, nicht so ein Steinblock, der da in der Luft hängt. Kann ich auch mal kurz machen. Ja, wenn du Idee hast, dann mach. So, Sandra. Sage mir, ob es dir gefällt. Für die inneren Richtung bist du zuständig, da hab ich kein Plan von. Okay, warte, komm. Ja, cool. Ja, okay, gefällt's mir. Muss ich mal gucken kommen im Pferdestall? Das ist schön, Kinder. Du musst nicht gucken kommen. Du darfst gucken kommen. Ah, cool. Wichtig. Ja, das ist halt geil. Was ist geil? Was ist geil? Hier, dass du, dass du hier so an den Berg dran gebaut hast. Achso, ja. Mhm. Aber... Das ist nicht zu mir drin. Ich will der eine Balken. Können wir da nicht mal eine Reihe wegmachen, sodass es... Niemals. Niemals? Ja. Nee, wir müssten... wir müssten zwei wegmachen, ne? Weil, ja... Wie kommt man denn jetzt in unser Haus rein, wenn man erst durchs Pferdegitter kommen... gehen muss? Hm? Hä? Ihr habt den Eingang vom Haus verbaut. Nee, warum? Hier! Achso! Ja. Achso. Irgendwie müssen wir ja auch noch zum Portal und so kommen. Das heißt, das Gitter muss hier etwas gekürzt werden. Hm, ja. Ja. Oder wir machen das anders. Wir haben ja hier sowieso diesen Kiesweg. Das weitern wir einfach. Aber du kannst doch nicht vom Hintergarten, äh, 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 nach vorne durchs Haus. Das ist der Hintergarten? Oder kannst du hier praktisch so eine kleine Tür reinmachen? Dann kommst du hier lang. Ich möchte aber vorne in mein Haus reingehen und nicht durch den Hintergarten. Also vor der Eingang ist sie vorne, ne? Also hier muss irgendwie noch eine Tür, ähm, irgendein Weg frei bleiben. Ich mach mir hier grad einfach Steinwerkzeuge. Ich hab keinen Bock mehr ins Eisen holen zu gehen. Habe ich ja auch nicht anders gemacht mit der Spitzhacke. Ist der Dame so genehm? Ja. So ist schön. Ich, 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 ich komme mit dem Weg. Hahahaha. Find du doch. Da w i daten. Da! Tähig. Vielen Dank.